Noch eine Meldung vom Frauenfußball. Martina Vostecklenburg ist nicht länger Trainerin der Frauennationalmannschaft. Das hat der Deutsche Fußballbund bekannt gegeben. Der DFB und die Bundestrainer haben den Vertrag aufgelöst. Bei der Weltmeisterschaft in diesem Jahr war Deutschland bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Noch bei der EM 2022 erreichte das DFB-Team mit Vostecklenburg das Endspiel und wurde Vize-Europameister. Die 55-Jährige hatte sich nach der WM krankheitsbedingt zurückgezogen. Der DFB installierte Horst Rubesch als Interimstrainer.